Es wird schon nice, habe ich das Gefühl. Ihr seid einfach alle super. Es ist wie eine Familie hier irgendwie und wir sind alle hier voll zusammengewachsen. Heute geht es wixen ohne. Ja moin, wir sind jetzt heute hier bei unserem Solar Balloon Festival. Wie krass, seid ihr der letzte Mal? Also wir haben 2016 festgestellt, wir haben gesagt, okay krass, man kann das auf jeden Fall werden. Also ich weiß gar nicht, ob ihr heute noch mal schlafen könnt, aber brauche ich auch nicht. Ihr seid echt absolut geil. Wir coveren raus. Wir Ils asken, dass wir axesen ins Publikum. Fynn, Fynn! Vielen Dank.